Alles Gute zum 300. Geburtstag aus der zurzeit kinderlosen Grundschule Bodenwerder. Heute schult man hier mit 6 Jahren Kinder ein, damit sie lesen, schreiben, rechnen lernen und einen großen Schritt ins Erwachsenwerden gehen können. Münchhausen war mit 7 Jahren zu seiner Zeit ganz anders unterwegs, aber noch heute freuen wir uns über seine wunderbaren Geschichten, die er aus diesen Erfahrungen mitgebracht hat und zu heiteren Erzählungen erdacht hat. Corona, keine normale Schule, keine Projektwoche wie geplant, kein Feiern. Was würde er aus diesen seltsamen Zeiten wohl für Geschichten erdenken? Wir wissen es leider nicht. Zum Geburtstag gehört ein Geschenk. Sie sehen, ich habe kein Geschenk. Erst wenn wir wirklich richtig feiern, dann werden wir unser Geschenk präsentieren. Alles Gute und wir freuen uns auf die noch kommenden rauschenden Geburtstagsfeiern. Tschüss und bis bald!